Dann hallo und ein herzliches Willkommen zur Pressekonferenz vor dem Spiel vom 20. Spieltag in der Regionalliga Nordost am Freitag, am morgigen Freitag um 18 Uhr ist unser FC Rot-Weiß-Erfurt im Alfred-Kunze-Sportpark bei der BSG Chemie Leipzig zu Gast. Wir erwarten 700 Erfurter mit im Alfred-Kunze-Sportpark, damit ist das Gästekontingent voll ausgeschöpft und an meiner Seite begrüße ich für diese Pressekonferenz unseren Cheftrainer Fabian Gerber und unseren Neuzugang- und Defensivspieler Paul Lehmann. Und kurze Info vorab, wir werden vorerst natürlich über den Spieltag sprechen und dazu können Sie dann auch Fragen stellen. Anschließend folgt noch ein außerordentlicher Teil. Aber zunächst mal, Fabian, kannst du uns ja mal einen Überblick zur Personalsituation für morgen geben? Ja, hallo zusammen, hallo in die Runde, hallo an die Endgeräte. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, hat sich gegenüber dem Cottbus-Spiel nichts verändert. Gott sei Dank kein Verletzter mehr dazugekommen. Die Langzeitverletzten sind leider immer noch raus, sind aber in der Reha, sind im Aufbautraining bzw. Individualtraining und machen da auch gute Fortschritte. Ansonsten konnten wir die Woche ganz gut trainieren. Sind froh zu meiner Rechten oder deiner Rechten, dass Paul Lehmann dazugestoßen ist, gibt uns natürlich noch mehr Möglichkeiten. Definitiv in der Defensive, die ja eh gebeutelt ist bei uns. Durch die Langzeitverletzten mussten wir da noch mal agieren. Und wie gesagt, bin sehr, sehr froh, dass wir das hinbekommen haben. Da auch noch mal ein Dank an Dynamo Dresden und an Ralf Becker, die da wirklich sehr tatkräftig mitgeholfen haben, dass dieser Transfer überhaupt möglich war. Ja, dann zu unserem morgigen Gegner. Chemie hat durch die Spielausfälle im Dezember noch kein Spiel gemacht seit Ende November. Ist der Gegner überhaupt ausrechenbar oder haben wir da Erwartungen, wie sie spielen? Ja, natürlich. Wir kennen sie ja, auch wenn sie jetzt längere Zeit kein Punktspiel mehr beschritten haben. Aber sie haben in der Vorbereitung einige Testspiele gehabt. Wir kennen sie aus letzter Saison. Das Personal ist größtenteils gleich geblieben bei ihnen. Ihre Spielanlage ist ähnlich. Es ist eine extrem heimstarke Mannschaft. Also gerade Freitagabend, Flutlicht, ausverkauftes Haus. Ja, auch eine Riesenunterstützung von unserer Seite. Es wird eine Riesenstimmung herrschen dort vor Ort. Wir freuen uns schon sehr auf dieses Spiel. Aber wie eben erwähnt, sie sind sehr heimstark. Die Platzverhältnisse sind dort immer nicht ganz so einfach. Das wissen wir. Darauf müssen wir uns auch einstellen. Und wir wissen auch, dass mit schönen Spielen morgen nicht so viel klappen wird, sondern das wird ein Fight. Das heißt, dagegen zu halten, die Tugenden auf den Platz zu bringen. Auch wie schon gegen den Cottbus-Spiel. Und ja, dann fahren wir da selbstbewusst hin. Hoffe ich, dass wir diesen Schwung ein bisschen mitnehmen können aus dem letzten Spiel gegen Cottbus, was sehr, sehr gut war. Und ja, dann freuen wir uns, wie gesagt, auf einen absoluten Klassiker, auf ein absolutes Highlight. Traditionsduelle sind immer was Besonderes. Und wie gesagt, da fahren wir morgen hin und hoffen dann natürlich was zählbares mitzunehmen. Vielen Dank. Dann, Paul, auch die Nummer. Herzlich willkommen. Du warst ja vor einigen Wochen schon bei uns im Probetraining. Jetzt in dieser Woche die Unterschrift. Was hat dich denn von dem Wechsel hierher überzeugt? Ja, auch von mir erst mal Servus an alle. Und ja, mich hat gerade das überzeugt, dass die Mannschaft relativ jung ist. Das Probetraining hat mir auch gezeigt, dass die Mannschaft Bock hat, im Fußball zu spielen und auf jeden Fall auch trotzdem Ambitionen hat, hochzurollen in die dritte Liga. Das ist schon das Ziel hier im Verein. Das wurde mir auch so kommuniziert. Und ich persönlich möchte einfach mich weiterentwickeln und möchte halt so viel wie möglich spielen, was halt vielleicht jetzt in Dresden gerade nicht so der Fall war. Deswegen war ich schon überzeugt davon, diesen Schritt jetzt zu Erfurt zu machen und hoffentlich hier vier Spielminuten zusammen. Genau. Genau. Du hast ja auch erst vor kurzem eine Knieverletzung ausgestanden. Wie fit fühlst du dich denn aktuell? Ja, also ich fühle mich wieder bei 100 Prozent. Ich kann alles machen. Mein Knie ist standhaft und kann auch alles in spritzigen Aktionen standhalten. Und ja, ich habe jetzt knapp zweieinhalb Wochen wieder voll mittrainiert. Davor Aufbautraining auch gut absolviert. Deswegen fühle ich mich 100 Prozent fit. Ja. Sehr schön. Dann, liebe Pressevertreter, kommen wir zu euren Fragen. Einmal kurzes Handzeichen, dann kommt das Mikrofon zu euch. Axel Lukaschek für die Thüringer Allgemeine. Fabian, der Paul hat ja gerade gesagt, er ist 100 Prozent fit. Ja, wie hast du ihn jetzt im Training erlebt? Und wäre er auch schon jemand für den 18er Kader oder soll, oder muss er sich auch erst noch hier akklimatisieren? Ja, war er bei uns im Probetraining, wie erwähnt, und hat uns dort auch überzeugt. Also es zeigt, dass er fit ist, dass er bereit ist. Wie er gesagt hat, das Knie hält die Belastung durch. Aber es haben wir vorher auch schon gehört, er hat ja auch in Dresden die Vorbereitung jetzt überwiegend mittrainiert und das Gott sei Dank problemlos. Und ja, ob er wie gesagt für morgen dann ein Thema ist, müssen wir noch mal schauen. Er ist gerade zugestoßen gestern ins Training, aber natürlich ist er eine Option. Er bietet uns, wie gesagt, viele Möglichkeiten. Gerade in der Defensive ist er ja mehrfach einzusetzen. Ich sehe, wie gesagt, er kann IV spielen, er kann AV spielen, er kann in meinen Augen sogar Sechser spielen, auch wenn das noch nicht so oft gespielt hat in der Vergangenheit. Aber die Voraussetzung bringt er mit. Also gibt uns viele Möglichkeiten. Wie vorhin erwähnt, wir haben da Probleme. Wir haben da viele angeschlagen oder verletzte Spieler, die auch noch ein bisschen brauchen. Und deswegen sind wir, wie gesagt, sehr froh, dass er jetzt bei uns ist. Auf alle Fälle kehrt ja Lukas Zeller zurück. Die Gelbsperre ist abgesetzt, abgesessen. Die Abwehr war ja auch so ein Grundstein für den Zu-Null-Sieg gegen Cottbus. Du wirst ihn ja trotzdem sicherlich wieder bringen. Logischerweise vermute ich mal als Leistungsträger. Aber Till Schwarz hat es ja auch nicht schlecht gemacht. Wie gehst du jetzt damit um? Ja, ist eine gute Frage. Schauen wir mal, wer morgen ran darf. Die Jungs natürlich gegen Cottbus, die gespielt haben, nicht nur Schwarzi hinten drin, sondern allgemein haben es wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und ja, ist schön, dass jetzt Lukas zurückkommt. Haben wir noch mal Möglichkeiten mehr? Das ist jetzt ein kleines Luxusproblem, was wir jetzt ausnahmsweise mal haben, dass wir da jetzt wirklich im letzten Spiel eine sehr, sehr gute, funktionierende Abwehr hatten. Jetzt noch mal unser Abwehrspieler dazu stößt, der absoluter Stammspieler bei uns ist und alle Spiele gemacht hat, sofern er, wie gesagt, dabei war, nicht gesperrt war oder fit war. Und ja, also von da ist das für morgen ein kleines Luxusproblem, aber lieber so rum als anders. Zuletzt gab es ja das 2 zu 0 gegen Cottbus zuhause vor den eigenen Fans. Die haben sich gefreut, auch über die Art und Weise, wie das zustande gekommen ist. Jetzt gab es ja auch im Herbst Spiele, Siege gegen BFC, gegen Chemnitz, aber danach auch wieder Nackenschläge, Rückschläge. Wie groß ist jetzt die Hoffnung, dass dieses 2 zu 0 gegen Cottbus vielleicht auch noch mehr Konstanz bringt, vielleicht sogar eine kleine Serie, um sich da an dieser oberen Tabellenhälfte festzusetzen? Ja, ist richtig. Man wünscht sich das natürlich, dass man diesen Schwung mitnimmt oder dieses Selbstzertrauen auch im Spiel. Aber klar, Fußball ist kein Wunschkonzert, da gehören auch immer zwei Mannschaften dazu. Es wird morgen ein komplett anderes Spiel als gegen Cottbus, das wissen wir auch. Und ja, das habe ich den Jungs auch gesagt, dass es jetzt keinen Grund gibt, sich zu lange zu feiern oder zurückzulehnen oder ein paar Prozent weniger zu machen, weil wir jetzt 2 zu 0 gegen Cottbus gewonnen haben. Wenn wir jetzt morgen Abend verlieren sollten, dann ist alles wieder vorbei und vergessen. Wir wissen, wie schnelllebig auch das Geschäft ist und deswegen tun wir gut daran, ja auch wirklich von Spiel zu Spiel zu denken und wollen da immer das Maximum rausholen und genauso auch morgen. Wir wollen drei Punkte holen. Wir fahren da nicht hin, um einen Punkt zu holen, sondern wir wollen dort gewinnen. Aber wie gesagt, das wird extrem schwer, weil sie heimstark sind, weil die Bedingungen vor Ort nicht so einfach sind. Aber wir wollen einfach uns jetzt schauen, dass wir in der Rückrunde generell ein bisschen Stabilität gewinnen, ein bisschen stabiler auftreten als in der Hinrunde. Nicht diese Schwankungen drin haben, hoffentlich natürlich auch nicht diese Verletzungen und diese rote Karten drin haben, wo wir in der Hinrunde ja gezwungen waren, immer wieder umzustellen vom Personal oder auch mal vom System. Und ich hoffe einfach, ja, durch die Transfers jetzt auch, dass wir da ein bisschen stabiler werden, um da einfach, ja, ein bisschen erfolgreicher zu sein wie in der Hinrunde. In der Hinrunde gab es ja gegen Chemie Leipzig ein 4 zu 2, ziemlich turbulent. Ihr habt geführt, dann zurückgelegen, dann doch wieder 4 zu 2 gewonnen. Du hast ja die Rahmenbedingungen schon angesprochen. Was erwartest du morgen für ein Spiel möglicherweise? Also, was du dir für ein Ergebnis ausst, weiß ich ja. Aber was erwartest du eher? So ein turbulentes Spiel oder doch eben, ja, auch bei dem schwierigen Boden einfach Gras fressen und irgendwie ein Tor mehr schießen? Ja, natürlich wollen wir auch Spielkontrolle haben, auch wenn es schwierig ist auf dem Geläuf und wissen, dass man da nicht so Fußball spielen kann. Aber wir wollen trotzdem, das ist ja auch unsere Stärken, das sind unsere Tugenden, trotzdem versuchen, den Ball laufen zu lassen, eine Ballsicherheit auszustrahlen, Dominanz auszustrahlen, auch in gewissen Situationen. Natürlich auch unsere Umschaltmomente, die uns immer wieder stark machen, mit einzubringen. Aber wir wissen natürlich, was ich vorhin auch schon erwähnt habe, das ist eine starke Mannschaft. Sie haben gute Einzelspieler, sind hinten rigoros, haben lange Kerle hinten drin, die Kopfballstark sind, die Zweikampfstark sind, haben vorne gute, schnelle, torgefährliche Spieler, die ja immer für ein Tor gut sind. Da müssen wir auch wieder auf der Hut sein, müssen wir wieder das alles sehr, sehr gut und sehr diszipliniert verteidigen. Also, es wird schon ein heißer Tanz morgen definitiv dort in Leipzig und darauf stellen wir uns ein, das wissen wir und hoffen trotzdem, dass wir unsere Stärken auf den Platz bringen, um am Ende als Sieger vom Platz zu gehen. Gibt es weitere Fragen an einen der beiden? Gut, das sieht vorerst nicht so aus. Ich habe es schon angekündigt, es gibt noch einen außerordentlichen Teil dieser Pressekonferenz, denn neben Paul Lehmann freut sich der FC Rot-Weiß auch auf zwei weitere Neuzugänge, nämlich Pablo Santana Soares, der von Las Vegas Lights zum FC Rot-Weiß Erfurt stoßen wird und auf Maxim Awuja zuletzt vereinslos und zuvor in der Ehredevise für Excelsior Rotterdam am Ball. Fabian, vielleicht kannst du uns ein bisschen mitnehmen, auf was für zwei Jungs wir uns da freuen dürfen. Ja, wie gesagt, wir freuen uns über die Jungs natürlich auch sehr. Ich habe ja eingangs schon von Paul berichtet, dass wir da sehr froh sind, dass er bei uns ist und wie gesagt Dynamo da auch sehr dankbar sind, dass es geklappt hat. Ja, mit den anderen beiden Jungs zu Pablo zu sagen, wurde er ausgebildet bei Gladbach in der Jugend, hat dann den Umweg nach Amerika gesucht, um wieder nach Deutschland zurückzukehren, hat sich hier vorgestellt bei uns, war im Probetraining, hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen, ist auch noch ein junger, entwicklungsfähiger Spieler, wo wir auch einfach schauen wollen, wie er sich bei uns entwickelt. Die Fantasie ist groß, wie schnell er uns helfen wird, wird man schauen. Wie gesagt, muss er auch erstmal wieder ein bisschen an das Tempo gewöhnen, hier an Erfurt gewöhnen. Ja, aber hat angedeutet im Probetraining, dass er sehr, sehr gute Qualitäten hat und wie gesagt, dem geben wir da auch die Zeit, sich hier zurechtzufinden und seine Leistung dann abzurufen, ihn weiterzuentwickeln. Muss natürlich auch noch ein bisschen an der Fitness noch ein bisschen arbeiten, hat jetzt ja ein paar Wochen, kann nicht wirklich Mannschaftstraining gehabt, ja, müssen wir ein bisschen Geduld haben. Ja, noch größere Geduld müssen wir bei Maxim Avuccia haben. Er war vereinslos, du hast es angesprochen, zuletzt in Holland aktiv. Ja, hat leider eine längere Verletzungshistorie hinter sich mit Verletzungen, die ihn immer wieder zurückgeworfen haben. Er hat ja mal beim VfB gespielt, dann auch noch mal in der Bundesliga Österreich gespielt, zuletzt in Holland. Noch, ja, auch ein junger Bursche Mitte 20, der großes Potenzial hat, aber eben erwähnt immer wieder zurückgeworfen worden ist durch Verletzungen. Aktuell auch noch außer Fecht gesetzt ist, also er wird uns nicht sofort weiterhelfen. Das ist ein Transfer für die Zukunft, muss man ganz klar sagen. Also es ist eher schon vorgreifend für den Sommer geschehen. Ähnlicher Fall hatten wir damals mit Kanidia Elva, der auch lange nicht gespielt hatte, lange verletzt war. Wir ihm die nötige Zeit gegeben haben, sich hier in Ruhe aufzubauen, fit zu machen, wo wir von seinen Qualitäten überzeugt waren und er das auch bestätigt hat, dass er bei uns gesund geworden ist, fit geworden ist, Nationalspieler geworden ist, jetzt mehrere Drittligisten auch an ihm interessiert waren. Und so wünschen wir uns das natürlich auch bei Maxim, dass er junge Qualität hat, glaube ich, ist bekannt. Das zeigen seine Station, wo er vorher gespielt hat oder auch die Einsätze. Jetzt brauchen wir ein bisschen Geduld, jetzt müssen wir schauen, wie schnell er gesund wird, wie schnell er fit wird. Aber wie gesagt, das ist ein Projekt, wo wir ihm alle Zeit geben, um da einfach wieder komplett zu gesunden, um uns dann klar schnellstmöglich weiter zu helfen. Aber wie gesagt, das ist eher ein Vorgriff schon für die kommende Saison. Und ja, unter anderen Bedingungen, wenn er, wie gesagt, fit gewesen wäre, jetzt wie bei Kani damals auch, hätten wir, glaube ich, keine Chars als Erfurt, so ein Spieler mit dem Potenzial hier nach Erfurt zu locken. Gibt es dazu jetzt schon Nachfragen? Dann gerne so nicht. Dann steht natürlich Fabian dafür trotzdem gleich noch zur Verfügung. Und dann heißt es erstmal von offizieller Stelle, vielen Dank für das Interesse an der Pressekonferenz. Vielen Dank auch an das Dubliner Irish Pub, dass wir heute wieder unsere Pressekonferenz vor dem Spiel in Leipzig hier abhalten durften. Und wir freuen uns morgen auf mindestens mal 700, die unsere rot-weißen Farben im Alfred-Kunze-Sportpark unterstützen. Vielen Dank.